So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XDB. Heute am Donnerstag, den 16. November 2023 und gemeinsam wollen wir uns einen Blick gönnen auf die Märkte, die jetzt so ein bisschen zum Verschnaufen kommen. So möchte man vielleicht sagen, nach dem starken Bullrun auf die Inflationszahlen am Dienstag aus den USA folgend, ganz besonders der Nasdaq, kurze Attacke auf die Jahreshoße. Und jetzt dann allerdings mit einem Reversal in den gestrigen Handelstag. Ich will es nicht überbewerten, ehrlich gesprochen. Ich habe es gerade schon mit den XDB-Kunden evaluiert. Und ich habe es schon gesagt, so wirklich überzeugt davon, dass es jetzt die große Reversal-Kerze ist, bin ich ehrlich gesprochen nicht. Wir sind ein bisschen heiß gelaufen auf der Oberseite. Das wahrscheinlichste Szenario mit Ausblick auch auf die kommende Handelswoche mit Thanksgiving, die wir dann präsentiert bekommen. Ja klar, das wird man einbinden, aber Moment mal, bevor Thanksgiving ist, bevor der Truth dann auf dem Tisch landet, haben wir ja noch die NVIDIA Earnings. Und die könnten ja durchaus nochmal einiges an Wohler begünstigen. Das stimmt natürlich. Aber nichtsdestotrotz, das wahrscheinlichste Szenario scheint mir jetzt aktuell eine abtragen. Allerdings nicht durch eine tiefe Korrekturbewegung, sondern eher über die Zeit. Was uns dann dazu bringt, eben im Hinblick auf Marketplace etwas zurückhaltend zu agieren und uns potenzielle Kirschen herauszufiltern oder rauszupicken, die wir vielleicht finden könnten mit Target. Target ist dann mit Zahlen, ziemlich beatend down über das Jahr 2023. Und eventuell einer der Kandidaten, wo das Geld dann seitens der Portfolio-Manager hinfließt, die immer noch auf Tonnen an Cash sitzen, im übertragenen Sinne an Bergen an Cash und eben überlegen müssen, wie sie im derzeitigen Umfeld Titel anvisieren. Und vielleicht ist Target einer der Kandidaten, hier entsprechende Kapital zu sehen. Warum, wieso, weshalb, was das aus tradingtechnischer Sicht bedeuten könnte. In wenigen Sekunden gibt es mehr. Bevor wir beginnen, allerdings der nächste, der bringt auf den Risikohinweis. Die Vision und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin gehandelt und gehen mit dem hohen Risiko anher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com. Slash.de kostenlos eine Demo herunter. Teste einander risikofrei und schauen, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein Eignet. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständiger Risiko und weiß auf xdb.com. Kontaktiert auch gerne den Kundensupport von xdb im Berliner Büro. So, Kontaktdetails folgen gleich. Zunächst in eigener Sache. Der Hinweis, bitte nichts in den folgenden Minuten hier als Anlageempfehlung missverstehen. Das ist natürlich ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt gerne eure Fragen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos posten. Nicht nur noch sehr gerne beantworte, aber bitte wie gesagt nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier haben wir die Kontaktdetails. Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse. xdb als Brokerkurs vorgestellt. Bester CFT Brokers Jahres 2023. Ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, die wir dazu geführt haben, finde ich die einmal links hier aufgeführt. Darüber hinausgehend natürlich sicherlich einer der Gründe, die xStation. Und genau in diese wollen wir jetzt einen Blick werfen. Und wollen einen Blick werfen, wollen beginnen zunächst mit eben dem NASDAQ. Und dem Blick hier einmal auf die charttechnische Konstellation, die wir jetzt hier vorfinden. Die Kerze, die wir gestern hier ausgebildet haben. Wir haben es gerade gemeinsam mit den xDB-Kunden evaluiert. Ja, wir haben diese Kerzenformation, ich muss erst mal fragen, was das überhaupt ist. Das ist ein Shootingstar, der da aufgetreten ist. Eigentlich ein Trendumkehrmuster im Gesamtkontext betrachtet. Allerdings mit Vorsicht zu wenigstens meiner Einschätzung nach. Ja, du sagst einerseits starke Extension auf der Oberseite. Wenn wir sagen starke Extension, ist das auch immer ein recht dehnbarer Begriff. Ich persönlich bin da recht spezifisch und würde das auch empfehlen. Besonders wenn du dich im Trading eben bewegst, da spezifisch zu sein und nicht einfach pauschal zu sagen, es ist weit gelaufen oder es ist überdehnt, sondern das zu messen auf sehr professionelle Art und Weise, nämlich mittels der ATR, der Average to Range, der durchschnittlichen Schwankungsbreite. Hier über die, in dem Fall, letzten 14 Tage. Im Falle von Einzeltiteln arbeite ich mit 22. Im Falle von NASDAQ arbeite ich mit der Standardaggression 14 Tage. Sei es drum, also wir haben ungefähr eine ATR von 230 Punkten. Wir runden das mal ein bisschen großzügig auf 250 Punkte auf. Und wenn wir dann den Kursverlauf sehen seit Anfang November, also das heißt seit dem 1. November, ziemlich genau von vor zwei Wochen, dann starten wir um 14.500 Punkte und dann handeln jetzt aktuell Status Quo rund 1.500 Punkte höher. So, das bedeutet, auf 250 Punkte haben wir offensichtlich also 6 ATR auf der Oberseite gelaufen, ohne irgendeinen Rücksetzer. Das ist etwas, das würde ich zum Beispiel erstmal so als grobe Orientierung nutzen, in solch einem kurzen Zeitfenster. Ich würde sagen, wir sind extensiert auf der Oberseite. Wir sind überdehnt auf der Oberseite. Und jetzt könnte man sagen, okay, dann tritt so ein Shootingstar gegen die Jahreshose auf, dann würden wir eher einen Bounce erwarten. Aber genau da kommt jetzt das große Aber. Wir haben zum einen einen Volatilitätsindex, einen Angstbarometer an der Wall Street auf den S&P 500. Hier den Wix im Bereich seiner Jahrestiefs. Und wir haben in der nächsten Woche eben verhältnismäßig, verhältnismäßig ruhiges Treiben. Mit Ausnahme vielleicht von den NVIDIA Earnings. Die bekommen wir am Dienstag, glaube ich, nach. Das wird für mich nicht alles täuscht. Am Donnerstag haben wir dann Thanksgiving. Wir haben am Freitag Black Friday verkürzter Handel, beziehungsweise überhaupt keinen Handel. Ganz besonders in US-Aktien. Das wird sich auswirken, nicht nur auf die Wall Street logischerweise, sondern auch auf den DAX im Windschatten folgend. Aber summa summarum einfach sollten wir nicht erwarten, dass da große Wohler eben stattfindet. Und das bedeutet wiederum anziehende Volatilität mit diesem Top-Out. Dort einerseits kannst du jetzt so einen Pullen sehen, andererseits allerdings, wie gesagt, ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir eher seitwärts hier auslaufen. Vielleicht zum Beginn des Monats Dezember nochmal so einen kurzen Schuss vor den Bug. Ich hatte gerade auch schon gegenüber den XDB-Kunden gesagt, eine kognitive Verzerrung meinerseits mit Sicherheit, weil es eher ein Gefühl ist an der Stelle. Nämlich, dass wir nochmal so einen kurzen Wash-Out, so einen kurzen Flush-Out bekommen zum Monatsbeginn Dezember. Und dann ausgehend von solch einem Flush-Out und nochmal Nervosität, die reinkommt, eine kleine Rally, eben Jahres-End-Rally vielleicht zu sehen bekommen, die uns dann im Falle des Nasdaq wenigstens auf neue Jahreshofs führen dürfte. Aber wie wir da reinlaufen, wie gesagt, wäre eher, dass wir seitwärts Joppy uns präsentieren, also seitwärts auspendeln. Das Gleiche auch im Hinblick hier auf den S&P 500, den wir hier haben, einmal auf Tagesbasis ebenfalls. Genau so ein Szenario, vielleicht dann so ein kurzer Flush-Out. Im Hinblick auf die übergeordnete Tendenz, in Anführungsstrichen, oder den Aufwärtstrend, ich glaube nicht, dass wir noch einmal diese relativ flach verlaufende Trendlinie hier anlaufen, ehrlich gesprochen. Also das bedeutet, das wäre eine etwas aktive Korrektur, ehrlich gesprochen. Ich denke allerdings auch an dieser Stelle, dass wir nur schwer hier diese jetzt jüngst etablierte, sehr, sehr steile Trendlinie in der Lage sind, es zu halten. Also gehe ich davon aus, dass wir, wie gesagt, seitwärts konsolidieren und dann aus dieser Konsolidierung vielleicht mit einem kurzen Fake-Out nach unten, dann anschließend einen Push auf der Oberseite zu sehen bekommen. Allerdings das erst ein Szenario, was dann wirklich in zwei Wochen für mich ein Thema ist. Und ausgehend hiervon, wie gesagt, würde ich mich derzeit in Marketplace eben zurückhalten, beziehungsweise ich würde die übergeordnete Tendenz immer noch beobachten. Ich würde mir noch die Frage stellen, ist die These noch valide, die ich formuliert hatte? Also schon zu Beginn der Woche am Montag, der eine oder andere erinnert sich vielleicht, ich sagte, Inflationszahlen, bin mir gar nicht so sicher, ob die überhaupt was ändern am Bullischen Bias insgesamt. Also sei es im Tech-Bereich in den USA oder beziehungsweise auch auf dem breiten Markt auswirkend, sondern kann mir eben vorstellen, dass wir so ein FOMO-Umfeld haben. Also das heißt eine Fear of Missing Out, Portfolio Manager, die auf Cash sitzen und einfach nicht wissen, wie sie jetzt in den Markt reinkommen, der ihnen wegläuft, während wir hier im Nasdaq Jahr 2023 von einer Performance sprechen, von roundabout 50% seit Jahresbeginn, die wir gelaufen sind. Und jetzt stellen wir uns mal vor, du bist einfach unterinvestiert und du kannst diese Performance nicht matchen deiner Kundengelder. So, dann wirst du die Frage stellen, okay, welche Unternehmen sind denn potenziell vielleicht von Interesse, könnten dann auch über das Jahr 2024 verhältnismäßig gut performen, im Rahmen zum Beispiel einer geldpolitisch wirklich expansiveren US-Notenbank. Klar, jetzt könnte man sagen, dann findest du vielleicht eine Heimat bei großen Big Tech Names, aber wenn wir uns beispielsweise eine Microsoft anschauen oder vielleicht auch eine Apple in gewisser Form, bei Apple nochmal ein bisschen gesondert, nehmen wir Microsoft mal mit den neuen Allzeithochs, die wir jetzt jüngst markiert haben, dann sind wir da auch schon relativ weit gelaufen. Also das ist CRV-technisch nicht wirklich attraktiv. Dann kommen wir vielleicht im Bereich Einzelhandel kommen wir rein. Nicht, dass wir das jetzt als Investment, sondern als Trading-Gedanke eben abdecken wollen. Wir sind bei den Einzelhändlern und hier ganz besonders bei einem sogenannten Beat-Down-Titel, nämlich Target. Einzelhändler, zweitgrößte Einzelhändler in den USA nach Walmart, die heute übrigens vorwörterlich Zahlen verkünden und extrem ausverkauft, über den gesamten Kurs eigentlich 2021, 2022 höhere Zinsen, infolge eines Kampfes der Inflation, Konsumneigung, die sich deutlich zu Ungunsten von diskretionären Einzelhändlern oder Consumer Discretionaries, wie Target in dem Segment eben, wo die ja unterwegs sind, verändert hat. Einfach, weil mehr Essentials gekauft werden. Also anders formuliert, Walmart ist ein sogenannter Consumer Stables. Das ist ein essentieller Einzelhändler. Da geht es um Toilettenpapier, brauchst du immer. Im Falle von Target haben wir eine weitere Produktpalette. Wir haben da nicht nur Toilettenpapier, kannst du da auch kaufen sicherlich, aber da geht es hauptsächlich eigentlich um luxuriösere Güter, wie Flatscreen-TVs und dergleichen. Logischerweise, wenn die Inflation ansteigt, Finanzierungen auch teurer werden, beispielsweise oder generell, wenn sich die Konsumneigung dahingehend verändert, dass man sagt, ich will erstmal gucken, dass ich genug Essen auf dem Tisch habe. Der Flatscreen-TV, den ich jetzt an der Wand hängen habe, der reicht erstmal. Dann bekommt natürlich besonders ein Consumer Discretionary oder ein Einzelhändler wie Target das an dieser Stelle negativ zu spüren. In Ergänzung auch zu dann nochmal einer Unsicherheit, die vielleicht reinkommt, infolge deren Eintritt, so möchte man vielleicht sagen, in diese Woke-Entwicklung, so nennen wir sie jetzt einfach mal. Da hatte es über das Jahr 2023 Angriffe gegeben auf einige Target-Stores, wo sich Kunden mehr oder minder dann sehr, sehr direkt Luft verschafft haben, dass beispielsweise im Rahmen dieser Pride-Geschichte und Regenbogen und so weiter, besonders auch Kinder wohl in den Mittelpunkt des Marketings da gerutscht sind. Und das hat sehr, sehr negative Schlagzeilen gemacht. Wie gesagt, Attacken auf Target-Stores hat es gegeben und infolgedessen gab es eine ziemlich starke Extension auf der Unterseite. Ich habe das damals als ziemlich übertrieben erachtet vor dem Hintergrund der Marktkapitalisierung hier. Wir hatten auch eine ähnliche Entwicklung mit Anhäuser-Busch beispielsweise hier, mit Bud Light und so weiter. Aber ich hatte das auf jeden Fall auf dem Schirm, habe das für ein kurzes Bounce-Play genutzt gehabt. Aber ich habe dann, also nachdem ich die Aktie abgearbeitet hatte, auf eine kurze Extension auf der Unterseite, also eine Übertreibung auf der Unterseite, habe die Aktie links liegen lassen, aber hatte sie immer noch so ein bisschen dennoch auf dem Schirm, habe mal drauf geguckt und habe dann festgestellt, da kommt kein Bounce. Also eine Rücklaugung hier über 140 Dollar Market, die gelingt einfach nicht. Wir haben insgesamt ein starkes Umfeld zu diesem Zeitpunkt gehabt. Und als dann der Markt sich verabschiedet auf der Unterseite, der breite Markt, gingen wir hier auf massive Abschläge. Lange Rede, kurzer Sinn, also Aktie hat richtig gelitten, ziemlich ausverkauft, sehr weit gelaufen auf der Unterseite und sieht jetzt ein eventuelles Reversal. Also zumindest mal die Zahlen, die gestern veröffentlicht worden sind. Und da möchte ich gleich hier in den Tweet auf X gehen. Da habe ich meinen Gameplan präsentiert. Also ich habe die Aktie gestern gehandelt. Ausführungen kann man auch hier sehen. Also ich habe das alles ganz transparent aufbereitet. Wer dem folgen will, ich mache das täglich, also ohne irgendwelche Verpflichtung oder dergleichen, einfach bei X. Einfach mir hier bei Jens Klatt oder Jens Klatt FX einfach folgen. Und ich hatte gesagt, eventuell auch ein Turnaround-Kandidat, ähnlich wie Disney an dieser Stelle. Hier habe ich dann nochmal die Zahlen eingefangen. Earnings waren summa summarum okay. Was mich jetzt halt interessiert ist, was könnte das für eine Rolle spielen innerhalb dieses FOMO-Gedanken, den ich formuliert hatte. Die Zahlen sind gestern vorbörslich veröffentlicht worden. Das heißt also, die Aktie qualifiziert sich durch den starken Lauf auch gestern und dann dem nicht nur Gap Up, sondern auch dem Schluss im Bereich der Tageshochst. Meiner Einschätzung nach für ein sogenanntes Second Day Play. Okay, das bedeutet, man stelle sich jetzt einfach den Portfolio-Manager vor, der auf der Suche ist nach Investments, die sich Chancel-Risiko-Verhältnis technisch anbieten. Und dann habe ich eben jetzt meine Analysten, die schicke ich los und die sitzen heute im Meeting vorbörslich und sollen mir präsentieren, welche Aktien sind potenziell von Interesse. Und sagen die, guck dir mal Target an. Target ist extrem gut gelaufen, komm mit den ganzen Zahlen, BWL-Kenntnisse und so weiter und fahren das dann entsprechend runter. Jetzt ist allerdings die Sache die, du wirst als Portfolio-Manager nicht einfach die Aktie kaufen zu dem dann verfügbaren Preis und sagen, auf geht's, rein mit der Marie und wird schon irgendwie, sondern du willst natürlich einen fairen Preis haben oder beziehungsweise einen, der vom Markt durchschnittlich bis zahlt worden ist. Der lag gestern ungefähr um 129, 129, 50. Das bedeutet, sollten wir heute reinkommen zur Eröffnung, das ist erstmal nur unsere These, dass da auch heute Käufer reinkommen und sollten wir gegen die 129, 129, 50 Käufer finden, dann wäre nicht auszuschließen, dass wir über die Hochschwung gestern um über 131 gehen und dann heute, vielleicht auch in den kommenden Tagen, trotz eines übergeordnet, evolatilen Umfeldes, von dem wir hier ausgehen, infolge der gerade geschilderten Gründe, dass wir dann in die Mitte 130er in Target laufen. Also das heißt so 134, 135 eventuell sogar Aufschläge nochmal in diese Gefilde zu sehen bekommen. Also durchaus eine interessante Aktie, die man so ein bisschen als Kirsche herauspicken könnte und für den Handel für heute in Betracht ziehen. Happy Trading. Passt auf die Stops auf, wir gucken morgen wieder auf die Märkte gemeinsam hier mit XDB. Einen guten Morgen Börse, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.